hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft pferde im weltall und ich habe mich erst mal wieder ausgerüstet und da starten wir direkt ohne lang vor rum zu machen starten wir mal direkt ins all unsere beiden villager werden wir auf jeden fall noch nachholen dann die welche einfach oben wieder neu erzeugen aber erstmal starten björn und bern sollen nicht auf dem planet versauern und los geht's und ihr habt euch ja alle eigentlich sehr sehr einstimmig bis auf wenige ausnahmen für den mars entschieden das heißt wir fliegen auf den mars und ich bin gespannt was wir da alles machen können wir werden sehr wahrscheinlich uns irgendwie so eine sauerstoffglocke machen müssen damit wir da überleben können was ist denn das warum sind wir ein flummi ahja können wir aus dem flummi aussteigen ähm hallo was ist denn ach die rakete ist ein flummi na gut ein landungsballon cool okay wir sind jetzt muss ich erst mal jetzt muss ich erst mal keine schwerkraft was ist das denn hallo wir erkunden erst mal ein bisschen den mars hat der mars wirklich so wenig schwerkraft okay egal was haben wir denn hier wir erkunden den mars was bist du denn was auch immer du warst jetzt bist du weg okay okay hier auf dem mars ist halt wirklich sehr wenig los gerade aber es gibt hier auch mars bewohner habe ich gelesen wir suchen uns eigentlich jetzt nur mal einen schönen punkt wo wir uns niederlassen jetzt finden wir hier noch irgendwelche bewohner schon mal dass wir nicht ganz so allein und einsam unseren unseren bereich hier bauen müssen hallochen marsianer wo seid ihr ich fühle mich so einsam au und schmerzhaft okay der mars braucht man den marsboden eigentlich mit mit spitzhacken ab oder mit schaufeln was haben wir jetzt hier mars oberfläche mein gott okay okay hmm invalid thermal protection moment das heißt wieso müssen wir uns denn hier schützen vor was müssen wir uns schützen was ist da unten für ein grüner block ist es hier zu warm was war das was habt ihr es auch gehört wir hatten war das leben auf dem mars heißt es dass hier unter uns vielleicht jemand wohnt vielleicht sollten wir hier in der nähe aber bauen weil ich in der nähe auch vielleicht mars bewohner leben also ich habe ja ein bisschen erde dabei oh cool das sieht doch mal geil aus hier bauen wir doch hier an diesem canyon und ich habe aus irgendeinem grund und sollte ich mich hier schützen anscheinend okay machen wir das ganze mal recht einfach und bauen einfach mal hier ein bisschen erde hin ich weiß nicht ob wir jetzt dadurch hier sterben weil wir nicht geschützt sind weil wir nicht geschützt sind und ich weiß auch gar nicht vor was wir geschützt werden müssen aber das werden wir ja schon noch mitbekommen wahrscheinlich brauchen wir am besten dann irgendwie noch so eine eine schutzglocke jetzt gucken wir uns noch mal an jetzt werden wir uns hier einfach mal irgendwie was zum überleben bauen so dampfe ich irgendwie oder vor was muss ich mich denn hier schützen ich muss mal gucken also dass man da wahrscheinlich mal nochmal irgendwie sowas wie anderen schutz außenrum bauen ich habe jetzt noch wasser mitgenommen au wie kriegen wir jetzt schon schaden ach nö müssen wir uns halt unter die erde bauen um uns davor zu schützen ähm nein ich will dich auf dem oh nein unsere fackeln haben ja hier keinen sauerstoff das ist natürlich doppelt doof also bisher reicht anscheinend unser schutz noch so ein bisschen aus ähm ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht wie wir das ganze hier umgehen können ähm wir müssen auf jeden Fall schauen dass wir uns hier noch ein schutzteil bauen ich weiß gar nicht was quasi wir hier brauchen an thermal protection brauchen wir damit brauchen wir irgendeinen anzug dafür vielleicht ich lerne das ganze ja noch wir lernen quasi ähm Galacticraft von daher wir können ja mal gucken was es alles so gibt was wir quasi bräuchten also ich guck mal gerade ähm was wir dann brauchen gehen wir mal kurz zum testen gehen wir mal in den Game Mode und gucken wir mal was wir hier haben brauchen wir vielleicht einen Schutzanzug gibt es sowas in Galacticraft ich guck selber mal nach Heavy Duty Plates können wir ja direkt mal testen Titanium ok wir können ja mal testen ziehen wir mal ähm sowas an ob uns das quasi schützt dann ihr seht es da oben ja tatsächlich das schützt uns ja genau das bräuchten wir das Problem ist auch nur dass wir jetzt hier quasi nichts haben was uns Licht gibt oh man wir haben auch kein Bett hier ok ich denke mal das sollten wir ähm ersetzen damit wir überhaupt hier die Möglichkeit haben auf dem Mars zu überleben ich habe ja so viel vergessen BD da Bett so ähm HEP ok kann man sich ins Bett legen you need a cryogenic chamber oh mein Gott das heißt wir brauchen also in space cryogenic chamber Moment ach cryo nicht kyro da das brauchen wir um in space zu schlafen hoch und wie schlafen wir da drin braucht das auch Energie das ist voll schwierig wenn man das alles noch nicht nach kann wenn man dann noch ach ja wir liegen sehr gut ok 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 also hier drin können wir dann schlafen kann man das auch irgendwie auf dem Boden legen dann muss das so aufrecht stehen wenn man dann da ok egal mal ich werde das auch wieder abbauen ah sehr gut nun gut ähm soweit so gut wir haben quasi ähm ja eine reicht schon wenn wir die erschaffen haben wir brauchen also jetzt so dass hier ein bisschen Gras wächst und so dann schauen wir doch mal dass wir hier jetzt haben wir schon wieder keine thermal protection aber ich denke mal dass wir hier noch Probleme haben wenn ich guck mal dass ich das so ein bisschen das Terrain hier für uns so mache dass wir hier weiter überleben können und mache mich mal immer so ein bisschen schlau dass wir hier vielleicht irgendwie so eine Sauerstoffkuppel oder sowas in der Art dann haben und ihr seht es ja quasi unsere Rüstung brauchen wir mehr davon weil irgendwie habe ich das Gefühl ich weiß nicht was uns davor schützt da könnt ihr mir gerne sagen was wir dafür brauchen und ne das schützt uns nicht wirklich Thermal Protection ja ich wie gesagt ich muss mich da auf jeden Fall nochmal schlau machen und dann können wir mal gucken es gibt ja hier so Möglichkeiten sich ähm sich das wie ein Airlock Frame und sowas zu bauen also dass wir das quasi so im Game Mode bauen dass wir hier die Basis die wir haben die Grundlage im Game Mode bauen dass wir hier überhaupt erstmal überleben können und danach erkunden wir dann quasi wieder im Survival dann den ganzen Mars weil anders wäre das gerade echt nicht möglich dafür habe ich leider viel zu wenig Vorkenntnisse dafür dass wir das quasi so zusammen dann ein bisschen lernen und dann quasi gucken dass wir hier uns eine Basis bauen oder ich guck mal dass ich so ein bisschen die ich mach mich ähm dann einfach mal so ein bisschen schlau und guck dann mal quasi dass ich so ähm wir können ja oder wir gehen einfach mal davon aus also erstmal habe ich gesehen dass es überhaupt nichts bewirkt was wir hier anhaben das heißt das hier können wir schon mal direkt wieder ausziehen und entfernen das schützt uns vor gar nichts ähm das heißt wir brauchen wir lernen selber mal Airlock Frame okay das heißt ich muss mir mal selber da ein bisschen schlau machen Airlock Frames Aluminium Wires Oxygen Storage Modul wow also wir haben hier auf jeden Fall jede Menge da werden wir hier so eine kleine Basis bauen müssen und Airlock Frames und Airlock Controller brauchen wir dann das wird eine ganze Menge äh was ich dann noch rum basteln werde das heißt wahrscheinlich werden wir einfach die nächste Folge im Game Mode bauen um da einfach mal zu gucken dass wir uns überhaupt erstmal an die ganzen Sachen hier gewöhnen was das ist ihr seht ja selber dass das ordentlich ist was wir da hier alles noch so machen können und sobald wir sobald wir dann dabei soweit sind gehen wir dann einfach auch mal auf die Erkundung was ich mal testen möchte wir haben uns ja ein paar Pferde mitgenommen die auf dem Mond auf dem Mars überleben würden so ach ach ihr braucht hier gar nichts oder wie oh doch ja ihr habt auch Probleme mit dem Atmen ne ok ok wollen wir dich ins Wasser schieben nein oi ihr armes Pferdchen ok also wir müssen gucken dass wir die Pferde das was das die Wiese wächst hier schon das heißt das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin und dann schaffen wir das auch dass wir hier unsere Pferderange ansiedeln und dann machen wir marsianische Mondpferde es gibt ja auch ich habe ja schon geguckt ähm gibt es ja hier zum wo haben wir das denn? war ich das denn gesehen? ähm genau es gibt ja hier auf dem Mars seht ihr hier es gibt Slimelings, Creeper-Bosse, Alien-Villager und die würde ich mir nämlich auch mal angucken das hier ist ein Alien-Villager wir können ja auch ein Bob in Space machen und die können hier auf dem Mars überleben wie ihr seht die haben keine Probleme und Evolved Creeper, oh mein Gott da habe ich ja jetzt schon Schiss vor aber wie das dann hier alles weiter geht auf dem Mars oh mein Gott Pferdchen, das tut mir leid lauf nicht weg oh okay aber wie das dann hier alles auf dem Mars weiter geht das sehen wir dann erst beim nächsten Mal oh nein, das ist tot okay, also wir müssen definitiv schauen dass wir hier eine pferdefreundliche Umgebung auf dem Mars anbauen dafür haben wir noch jede Menge zu tun ne? siehst du auch so? huch hast du ein Baby bekommen? zeig doch mal hier hallo wo kam das denn her? möchtest du diese Fackel haben? hier nicht? okay nun gut aber wie gesagt, ich mache mich dann schlau und dann sehen wir uns mit den beiden hier muss ich mich mal daneben stellen so hallo so die guckt mich so an so sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder also dann, ciao, ciao